Polizei.co Presseecho Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang Am Freitag, 1.7. gegen 17 Uhr kam es auf der B47 zwischen Eulbach und Dorf Erbach im Odenwalz zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW. Eine 54-jährige Frau aus Rödenau kam mit ihrem Toyota Jahres aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrspur in den Gegenverkehr ab. Eine 27-jährige Frau aus Erbach kam mit ihrem Fiat Punto entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die 54-jährige Verursacherin erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Die 27-jährige Autofahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ca. 25.000 Euro Sachschaden. Die Unfallstelle war zwecks Unfallaufnahme und Bergung und für mehrere Stunden vollgesperrt. Im Einsatz unterstützten 35 Rettungskräfte der Feuerwehr. Im Einsatz umnehmen wird durch die Abgeschwind heftig heitzt Vielen Dank.